Also die kostet beim Trever 89 Euro und ich habe sie ersteigert für 65 Euro. Ist alles, ist kein Alu, ist eine Stahlmontage. Da ist kein Alu hier. Ist auch günstig. Und vor allen Dingen das Problem ist, wenn du eine Salz-Nachweitung hast, dann hast du die Arschgasse. Da musst du eigentlich ein Glas haben, was höchst und seuchst. Da kannst du dir das ganz genau machen. Meinst du? Du könntest dir ja rein theoretisch was zwischenlegen. Freue ich mich schon drauf. Ich habe hier zum Beispiel was drunter geklemmt. Kannst du sehen? Ich habe hier was drunter geklemmt, damit ich ein bisschen rüberkomme. Du machst ja eine... Ich habe vielleicht gesehen, auf 25 Meter die Karte. Ja. So, dann gucke ich durch die Laufbahn. Ist die K stärker? Ja? Ob die Kf9 stärker ist? In etwa gleich zu setzen. So, und der Stachel war genau drin. Aber die hat mir Wumms, oder? Der Stachel war genau drin. Kippisch muss jetzt. Ja. Ja. Da kriegt das hin. So. Das sind ja hier ganz einfach nur... Die haben ja gar nichts zu sagen. Der drückt ja von außen. Aber du siehst wie vorne, wie hoch die schlecht, ne? Ja. Volle Sache. So. So. Jetzt warte. Jetzt kommt die Scheibe. Ich hab jetzt mein Stück früher mal oben gezielt. Ja, guck, du kommst langsam her. Einmal hast du Zug. Einmal verrissen. Einmal oben und die anderen zwei. Du kannst noch ein Stück ganz höher gehen. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja.